So meine Damen und Herren, hier sind wir wieder mit der neuen Folge, mit einer weiteren Folge von Seven Days to Die, Alpha 21. So, wir sind bei Yen angekommen. Shen, oder bei Shen heißt sie ja eigentlich, ne? Ja, ja, ich hab's erledigt und hätte gerne dafür Belohnungen. Bogenschießen für Ranger, Taschenmod Wasser, oh Gott, jetzt, jetzt, JETZT bin ich in Zwiespalt. Die Munition ist ja viel wichtiger als das Wasser, denn jetzt haben wir ja, können wir ja selber Wasser machen und deswegen nehmen wir das mit. Ganz klare, ganz klare Kiste, ne? Und wir nehmen uns auch mal direkt wieder hier was an. Ja, wisst ihr? Wir können auch mal was abholen, das reicht. Natürlich, natürlich. Und alles in deinem Scheiß-Bio-Meer, weißt du? Habe ich ja nicht so die Lust drauf, aber das machen wir jetzt mal, ne? So, und zudem wollte ich noch gern was verkaufen, damit ich nicht ganz umsonst hier war. Oh, da höre ich was. Lass mich doch mal raus hier. Flugzeug, hallo. Wir haben noch ein Flugzeug, ein Flugzeug, ein Flugzeug. Ein Flugzeug ist wieder da hinten. Oh, das sieht aber weit weg aus. Oh, warte mal, das ist genau da. Wo wir hinten müssen? Ne, doch nicht. Eieiei. What? Ach, du Scheiße. Ich würde sagen, fahr mal hier so entlang, ne? Dann kommen wir da an. Na gut. Lass uns schnell weiterverkaufen. Chen. Ne? Bist doch meine beste Freundin, nicht wahr? So, ein paar Lampen hätte ich da noch zu verkaufen. Oh, wir kriegen 336. Das ist cool. Für sieben Stücke. Das ist mächtig, ja? Dann haben wir hier noch ein Töpfchen. Dann haben wir noch so ein Brustpanzer. Ich weiß, dass ich reparieren sollen. Mach ich aber nicht. Ne? Sprit wollte ich auch mal langsam sammeln. Deswegen machen wir das mal nicht. Ja, ich habe aber sonst nichts mehr zu verkaufen. Na komm. Geht nicht. Will nicht. Will nicht. Will nicht. Tja, dann muss es weg. Weil ich brauche Platz und will nicht zu sehr überlastet sein. Und wir fahren auch nicht erst nach Hause. Wir regeln. Halt doch mal die Klappe, Mensch. Wir fahren jetzt nicht erst nach Hause, sondern wir regeln das jetzt. Habe ich ein Gehäxer-Essen zu trinken dabei? Doch. Das soll wenigstens mal mal trinken. So. Okay. Wie bitte? Ja, hallo. So. Ab aufs Fahrrad. Moment. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall das Fahrrad reparieren, ja. Ich fahre jetzt an allem vorbei. Ich möchte gerne das hinter mich bringen. Okay. Was sehen wir hier? Ja. Okay. Lass uns schlau sein. Und ich möchte auch hier nicht doppelt kassieren. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Schön leise. Den Punkt aktivieren. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Oh, ich war noch gar nicht ganz unten. Okay. Guck mal, da liegt jetzt ganz anderer als vorher. So, ducken. Und dann werden wir uns unseren Bogen nehmen. Und als erstes den haben wir. Das ist ein Bulle. Verdammt. Kein normaler Zombie. Das heißt, der kotzt mich hier gleich voll. Da müssen wir schnell sein. Da muss ich jetzt erstmal gucken, ob meine Pistole intakt ist. Ja, ist sie? Immer auf Nummer sicher gehen mit allem. Oh. Oh, der ist direkt platt. Ja, dann auch. Nein, natürlich nicht. Komm, 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 komm. Oh. Huh. 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 Ah. Oh. Das sah jetzt mal geil aus. Ah. Ja. Ja. Ich hab schon gleich etwas abgekriegt. Hihihi. Sehr schön. Sehr schön. Das war mal cool. Ja. Naja, die sind da unten, ne? Ich denke mal, ich werde die runterbauen. Fängt das jetzt an zu regnen? So. Oh, kaputter Dinger ist hier. Den wir mal direkt benutzen. Blase, bald freig ist ja wunderbar. Hallo. Ich bin hier oben. Wo seid ihr denn? Oh, bestimmt da drin. Aber so, wie es ausschaut, sind doch keine Hunde. Nein. Hä? Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir machen das mal eben heil hier. So. So. Alter. Mhm. Okay. Warte mal! Verdammt! Ein Polizist! Oh! Verdammt! Oh nein! Oh nein! Wieso treffe ich den nicht? Komm schon! Ey! Vorsicht der Bulle! Jetzt wird es immer zu bunt hier mit dir! Verdammter Feral! Und der Kotzmeister auch! Und du! Ich kotze den Baum an, aber nicht mich! Geh kaputt, Junge! Oh nein! Hahaha! Wie geil ist das denn? Wie cool! Wie cool, sag ich nur! Aber der hätte ein bisschen weiter laufen müssen, ne? Dann hätte das auch geschafft! Okay, das war jetzt einfach! Ist hier noch jemand? So, was haben wir denn hier? Ein Topf! Ja, wenn man sie braucht, dann kriegt man sie nicht! Und wenn man sie nicht mehr braucht, dann kriegt man zu viele von denen! Ja, trinken ist immer gern gesehen! Auf jeden Fall! Oh, da haben wir einen Knüppel! Ich schmeiß noch mal eben weg! Jetzt muss ich das nur noch finden, ne? Ich hab' ja gesagt, never ever immer voll! Das ist das Samen! Und jetzt sind wir ein bisschen überlastet! Oh, die sind super! Oh, die sind super Leute! Leute, Leute, Leute! Die müssen, wenn wir die herstellen können! Schadensvermeidung 50 Prozent! Also, ja, das ist mega, ne? Das ist mega Loot! Oh, ja! Hallo! Was denn da los, ey? Hä? Zeig mal her! Was ist da los? Ach, warte mal! Ne, es geht nicht anders! Da ist doch nix! Da ist die Tasche! Aber das ist ja nicht das, wo ich oben nach unten gehen wollte, ne? Gut! Kommen wir erstmal hier rein! Tür verschlossen! Wir müssen den ganzen Müll mitnehmen, ey, weil ich den brauch irgendwann, ja? Am Anfang war es nicht so wichtig, aber jetzt wird's langsam echt dringend, dass wir das auch mitnehmen, ja? So... Der hat nichts gemerkt! Umso besser! Ähm... Schön leise sein! Gucken wir mal eben hier! Ja... Zehn Minuten! Ah... Klappt alles, ne? So... Mein Pfeil... Was man alles findet, ne? Was man alles findet... Was man alles findet... Ich bin noch nicht so ganz zufrieden... Blut... Hm... 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 Ah ja! Hier ging's runter... Dann ist auch hier bestimmt auch einer... Oder irgendwas. Nichts. Okay, das ist cool. Das ist ja cool. Bücher. So. Okay, das lesen wir uns einfach. Schwuppdiwupp. Für die Werkbank und so. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal nach Hause. Also zu Jen. Ja. Hier machen wir überall. Gut. Hervorragend. Heiliger Strohsack. Mann. Heiliger Strohsack. Auf, auf. Willst du wohl? Ja. Von hier sind wir gekommen. Na ja. Na, klappt doch alles super. Können wir mal eben hier reingucken. Jetzt haben wir es nicht mehr so eilig. Ja. Perfekt. Und die andere Sicht wieder an. So dumm ist es jetzt ja auch wieder nicht. Aber ich höre ja irgendwas. Ach, die Regie ruft an. Ja, ein kleiner Moment bitte, ne. Dass die Leute immer zu Zeiten anrufen, wo die es ganz genau wissen. Jetzt bitte nicht stören. Aber es ist nicht schlimm. So, hier hat man auch nicht reingeguckt. Und das machen wir jetzt. Oh, wieder Reifen. Aber wir sind voll, Leute. Ach, wir sind voll. Wir werden einfach die blöde Schaufel wegschmeißen. Und nehmen die Räder mit. Dann werde ich noch was wegschmeißen. Und zwar Jucca. Oh, Juccasamen sind wichtig. Scheiß auf die Nägel. Machen wir das lieber so. Benutzen. Sonst irgendwo Bücher? Ne. Gut. Ein Einkaufswagen. Nicht weg. Oh, gutes Wasser. Sehr gutes Wasser. Prima. Es gibt es da also doch. Ja, sagst du, geht doch. Ja, Mann. Ja, 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 ja. Können wir irgendwas noch da reinpacken? Ja, hier die zum Beispiel. Stoff brauche ich diesmal nicht. Machen wir ein bisschen. Halligalli hier, ey. Ja. So, soll ich sonst noch irgendwas nicht? Geld, Geld, Geld. Nein. Nation, nein. Man muss einen Platz machen hier, ne? Okay. Gut. Ab nach Chen. Runter oder hoch. Runter oder hoch. Runter oder hoch. Ich würde sagen, hier lang. Das ist völlig egal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Robotikhammer. Ey, jetzt geht es rund. Leute. Jetzt geht es rund. Ach, guck mal, hier haben wir schon jetzt für die Autos, ne? Das kommt weg. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Und du, Schätzken. Boah, wie geil ist denn das, bitteschön. Das machen wir so und so. Jetzt. Jetzt geht es rund. Robotik. Warte mal, das machen wir anders. Robotik. Fertigen Blei. Wir müssen Blei dafür haben. Hahaha. Ja, dann wüsst du Bescheid. Echt jetzt? Robotik, Waffen, wo wir uns hier mal schauen. Das muss man auch alles leveln, ja? Egal, wir haben es, ne? Ja, ich habe mitgenommen. Aber wie cool ist das denn? Da können wir den schön hinstellen. Genau, 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 genau. What? Bam. Coole Sache, Leute. Ist das geil. Und wenn dann einer dazwischen geht, wird das ausgelöst, dann schlägt der, ja? Wieso braucht denn der? Ach, das ist gar nicht so einer. Der braucht keine Munition. Ja, wie geil ist das denn, Leute? Der schlägt nämlich einfach so. Boah, wie cool. Ja, Mann. Ja, Mann. Genau das, was wir brauchen. Nice. Scheiß, sage ich immer. So. Ab aufs Fahrrad und weiter geht's. Das ist gar nicht so, was wir brauchen, was wir brauchen, 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 wir brauchen,